Was hat der? Oh Alter, übelst die heftige Waffe, soll ich die looten gehen? Nee, aber das ist eigentlich eine gute Idee, dann holst du wenigstens da was raus aus der Bank. Nee, die Waffe ist, also meine ist besser, aber seine kann ich nicht kaufen. Egal, egal. Hunter kommt? Oder Strider, keine Ahnung, warte. Ja, Hunter kommt. Ja, der war ewig schwule, so schwul. Hast du nicht ins Wasser gesprungen, der schwule Sack? Alter, ich war so offen, das war so eine scheiße Situation. Schau, wo ich bin, Digga, kannst du mir kurz helfen? Ich hab den Hunter disabled. Kannst du auf den schießen, schnell, schnell, schnell. Farid, geh in den Glaskasten und baller die weg, schnell. Hoch, Glaskasten, Glaskasten. Glaskasten, Digga. Er ist unterwegs. Nee, der ist nicht in den Glaskasten. Will doch kurz, mein Bolz, Alter. Achso, weil der geht gerade runter. Achso, nee, weil der, egal, egal. Der ist, wenn du Glaskasten gehst, kannst du perfekt auf ihn ballern. Oh, ich werd gerusht. Ich werd gerusht, ich werd gerusht, warte. Warte, warte, ich werd gerade gerusht. Boah, hab ich ihn gegeben. Ey, egal, ich bin gerade, ich bin gerade an Fire, Mann. Ich wurde angeschrieben und angestupst und gemoved, weil ich Ding, die Denk, die ich hecke. Ich muss das alles aufnehmen, Alter. Ich bin gerade an, 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 ich